Und warum? Und ja... Hm... Tommi, du schreibst nix ekliges in den Chat und schlage ich dich. Tommi! Tommi, du schreibst nix ekliges in den Chat und schlage ich dich. Tommi! Tommi, ich fick dich. Deine Ernst! Tommi, du ekliges Sau, Alter! Was hat er geschrieben? Er hat geschrien... Ah! Ey, Daniel, kommst du an bei mir rein! Yes! I'm a fucking... Diese Funk... Warte! Achso! I'm a fucking back... Ne, I'm a fucking back... I'm a fucking... Ey, euer Nasenbluten hier! Warte mal kurz... Ich kann den nicht joinen, Broda... Geh grad erst dran! Be, 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 be! Blaaa... Und die Gole, und die Gole, und die Gole... Und die Gole... Ja, ist doch... Mit ihm was reklamiert... He? He? du kleiner spaß wer hat nur stinken fingern gemacht kekskuchen mensch wenn du willst kannst du mir einfach schreiben ob du jetzt auch reinkommen willst oder so eine noch nicht wundern ich hatte heute meine ersten aber ich habe schon eine nocturne oder 130er oder ich weiß nicht nocturne beladerungsbrecher hydra das ist ich traue ich habe vor mir zu jobben ich ja mein gott darf ich eine ein kürbiswerfer oder kannst du mir irgendwas geben davon vielleicht ein schwert oder das kann deine waffe kraften möchtest du eine sense ja gerne kannst du mir irgendwas gutes geben irgendwas 106 oder so 100 oder gar nicht selber 106 aber egal hast du 130 ja wahrscheinlich schon aber nicht nehmen kann ich mal angucken ich nehme wirklich das ist eine warte gibt mir mal das linie schwert und ich gebe den goldenen ist eine winderte ich war für dieses ding selten warte kurz hey digga warum droppt das jetzt nicht alle kurz ey man warte kurz du hast meine mental gesehen ich habe gedroppt ich habe gedroppt also warte kurz warte kurz ey day das sind meine besten waffen ich habe es glaube ich gedroppt kann es sein habe ich gedroppt nein hast du nicht hey day wie droppt man spiel spiel seit gestern wie droppt man auf ein ja recht also muss in die rechte taster drücken ja ja einfach ja so was so was so ja jetzt hier die nahkampf auf 34 mit energie hallo mein niedlicher und tödlicher hast du noch irgendwie kürbiswerfer ja jetzt habe ich mal okay job da ich mal einmal ja jetzt glaube ich meine mit aber du kannst nicht oder nein wochen sollte ich doch doch bei der mittag ein bauer okay hier warte einmal das hast du mir gerade gegeben habe ich gerade kurz darf ich gucken diese blütze von den waffen er darfst du aber bitte nämlich ja ist meine warte kurz dass meine waffen und sonst habe ich nur graue also das war mir alles ist von dir ich kann es gern easy kann ich mir eine waffe geben oder willst du behalten ich brauche nur kupfer kupfer warte kurz mal sehen habe ich kurz haben ich habe ihn kurz gestimmt ich werde die kurz verarschen okay für dich also das spektrolyt erz habe ich job war das spektrolyt ich will was nicht oder nein ich will nicht in sich darüber okay ich muss aber was gucken an den stern aber bitte nämlich bitte das hat 1 2 3 4 6 sterne hier da guck weißt du dass du von 6 und sorry weißt du dass du hier von gebannt weißt du dass so viel von gebannt werden kannst weil es sechs sterne hat warum die sechs sterne items die die machen dein ganzes inventar oder dein ganzes fort mit games kaputt wollte ich noch mal sagen warum dann das weil es sechs sterne hat die sechs sterne items einer wurde ich habe ich habe ich habe noch eine ich habe noch eine hydra 130 auktor da habe ich dir noch toll noch mal angucken oder vertraust du mir nicht dort auch klar vertraue ich dir aber du kannst du musst irgendwie da runter ich kann nicht hier irgendwie bei meinen waffen die irgendwie als ich habe das nicht aufheben weil ich muss uns kann ich daher warte kurz erst so wie er war er ist die alt hat nee ich komme irgendwie ach so doch so doch hier so guck da nimmt da guck guck warte wo ist die oh mein gott ist ja doch schon fast vielleicht ist jetzt da habe ich wieder ich glaube ich bin es gibt auch morgen ich habe nicht mal bitte alter man alter bittes war meine erste waffe ja das ist nur eine zurück bitte ich weiß nicht 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 die saurier von mir ist mein bester tanz das muss sein weil jemand hat also kekskuchen hat geschrieben mach mal ein scamm hier guck mal wie du aussiehst wenn du Pony und dann habe ich dich kurz gestimmt und sag ja kannst du mir die Sense machen ich brauche dafür der kupfer kupfer warte mal ich muss mal gucken ich habe kohle klebstoff platz hier ich habe kein kupfer wie kriegt man kupfer durch was weiß ich nicht ich kann die waffe kraften man findet sich flacker und dafür brauche ich auch kupfer das war wieder ein geschissen der globaltipp ist ja nicht an und von daher kann ich ja nicht jemanden fragen ob er schweigen will warte fahrt einst gehen wollen wir ins game aber wieder in der gewaltt hat das nicht das geht nicht der globaltipp wurde ausgeschaltet warum weiß ich nicht und wer hat den ausgeschaltet epic games oder was weil es angeblich so viele scams oder so gibt dachtest du ernsthaft ist eigentlich nicht aber alter ich wollte es noch länger ich wollte es noch länger machen aber dann hat dann aber ich werde ich gerne nicht ich werde ich die nicht können wir eine mission machen blitz level 1 obst du bist wegen mir besser besser ja wir können wir machen man muss nicht gehen ich wünschte ich könnte ich wie kann man das ich frage mich wie man das hier dieses lager glitsch machen kann und hier kann ich jetzt viel mehr vorrennen machen wo kann man den waffen rein machen also ich baurechte sollte geben ja willst du so aus spaß game traden uns beide wir du scams mich ist gern dich aber auch spaß aber aber wir gehen dann wieder okay bitte jahre du hast doch gerade gesehen dass sie den toten dass sie eine 130er nachtturro geben der gibt es auch nicht auch gern der ist was ich kenne dich von der schule aus ich weiß mal kurz ich mache hier kurz so eine dingsbums äh trade box glaube ich heißt das okay geh kurz rein okay die ist schon mal gut diese trading box die gefällt mir da kann ich vielleicht irgendwie scammeln es war schon mal kurz machen wir mal baurechter ja warte kurz nicht mal kurz noch ein fenster ey lol ey mann hast mich gekickt nein ich hatte ich hab noch nicht mehr gruppe artmann ich bin rausgeflogen mich auch äh nicht an ihm ich meine einer einen youtuber wie vskills oder so sollst du scamm what digger vskills digger vskills es gibt ein problem beim speicher des vor des fortschritts ist ein fehler aufgetreten der global chat und gründer chat ist deaktiviert der global chat und der gründer chat wurden vorübergehend deaktiviert bis wir sichergestellt haben dass die ordnungsanmäßige funktionieren ich schaffe ich erstens ich schaffe niemals mit vskills in einer in eine lobby zu kommen ich war schon mal mit in einer lobby aber es war Glück und niemand will mit mir trainen oder kann nicht mit mir trainen wegen global chat aus do you know what i'm saying do you know what i'm saying drei vier fünf stück warte kurz ich komm kurz bei dir rein ja warte über party bitte warte kurz warte ich muss so scheißen warte ich bin du hast du Hausaufgaben schon gemacht Das Kekskuchen soll ich mal, aber dein Kumpel darf gerade nicht zuhören. Soll ich mal so den Kumpel auch Spaß geben und dann wieder die Waffen geben? Ich habe gerade richtig Bock, irgendwie jemand zu verarschen, aber das ist auch mies. Oh, nun. Wie kommst du, Jonas? Ich bin hier in so einer Box, aber ich kann nicht raus. Ich kann den Bauchrecht ab oder so. Nein. Also? Okay, ich kann was machen. So, bist du noch drin? Ja, ich bin noch drin. Oh, hi. Kann ich was bauen? Ha? Ja, ich habe keine Baurechte, oder? Ich weiß, ich gebe dir gleich. Warte, ich zeige dir jetzt erstmal Scamma Tricks. Was hast du hier mit deinem Ding gemacht? Lass mich ganz kurz hier nur das abbauen und kannst mir helfen abzubauen, warte, ich gebe dir Bearbeitung. Du musst einfach editieren und dann bearbeiten, dass es schneller geht. So, ja, okay. So, ja, okay. Ja, okay. Okay. Wie viele Zuschauer hast du gerade? Ein mit dir aber er zockt. Dann tradet er mit dir, dann kannst du ihn pranken. Okay, ich kann ihn dann pranken. Ich habe gerade richtig Bock, irgendwen zu verarschen, aber nicht scammen, weil scammen ist kacke. Ich mache zwar selber, aber... Wolltest du schon mal scammen? Ja, schon 69 Waffen, die über 282 waren. Also nur so 106er und 130er Waffen. Hier hat jemand einfach kompliziert, Alter. Wo hat wer was gemacht? Wie kann man denn duplizieren? Hm, das... Äh, das... Keine Ahnung. Das... Äh, ja komm... Mache, können wir irgendjemanden scammen? Ja, können wir aber. Ich brauche halt nur von euch jemanden, einen Freund oder so. Nee. Warte kurz, ich guck mal, grad. Ja, oh nein. Äh, es gibt hier so ein paar. Aber mit den einen, die erkennen mich persönlich und die schlagen mich zusammen, weil sie sind brutal. Oh, was, wenn ich sie scamme? Stimmt. Ja, okay. Okay, äh, aber ich finde hier halt selber, ähm, die Spinalbette Royale nicht. Bitte die Welt. Ähm. Das weiß ich jetzt. Ähm. Keine Ahnung, wie ich das jetzt mache. Hast du keine Freunde, die online sind, ähm, und mit dir angeblich trainen oder es gescannt werden wollen? Ich habe halt Freunde, die ich, äh, ich habe einen Freund, der, der war mein erster Freund, äh, von meiner ganzen PS4 oder mein erster Freund. Ich habe jetzt, äh, ich habe jetzt so ein, also ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich den Scam soll. Äh, ich muss gerne weniger machen, äh, du kannst ihm einfach seine Waffen wiedergeben, wenn du willst. Äh, hat der dich schon mal gescanft? Äh, Kekskuchen? Mein Freund, also Joto, der, Jonas, ist neu bei Reti die Welt, ja. Warum fragst du? Was, äh, was hat er gesagt? Oder was hat er gesagt? Äh, äh, er hat gefragt, ob du neu bist. Ich habe gesagt, ja. Asma. Aber was meinst du mit neu, äh, Reti die Welt neu, oder? Reti die Welt, glaube ich. Ja, Reti die Welt. Also, ich bin in beiden neu. Also, ich bin zuerst immer in Dianz streamen und zuerst immer, äh, Reti die Welt. Also, so jetzt so richtig, falls es deine Frage beantworten sollte. Ja, äh, dieser Moment, wenn man gar nichts zu sagen hat, Alter. Da mal los! Hey, hast du, glaube ich, mal gescanft, kann das sein? Hä? Doppelsprung! Oha, hier ist voll der gute Scam-A-Platz. Da sind ja auch nur meine Scam-A-Boxen. Aber... What the fuck? Was wollen wir machen? Und hier ist sozusagen mein Casino-Gewinn-Spiel, sag Kacke. Ja, Fake-Gewinn-Spiel, ne? Wo du dann die Leute scannst. Ja, ich sag, guck mal, geh mal hier rein. Wett mal da drin. Schon mal vor, jetzt sind hier drei Spieler, ne? Ja. Und ich sag so, ja, wer am meisten Waffen jobbt, kriegt eine 130er Totengräber und eine 130er Belagerung, sprich habe, wo das nur eine 82er ist. Darf ich mal gucken, ne? So, ich übernehme wirklich nicht, guck. Hier, Totengräber, ist der halt so? Äh, die sind, der eine ist 130 der Totengräber. Ich weiß. Ähm, oder eine 130er Bazooka und ne... Äh, äh, schau mal vor, dass jetzt gold, das hier, ne 130er Argon-Sturmgewehr. Geh, geht's gar nicht über. Ey, das gäbe wirklich nicht. Ey, darf ich mir das mal angucken, Argon-Sturmgewehr? Ja. Cool, äh, wie kann, wie kann ich mir sowas machen? Oder kann ich mir sowas machen? Nein. Ach, Manuel. Okay. Hier, warte, äh, droppen geht, warte kurz hier, so. Oder hier, komm mal her, jetzt, jetzt wollten wir ja traden, ne? Ja, also wir wollten traden, ich geh da mal in die Trade-Box, ja? Ach, wollen wir hier traden? Nein, guck, dann sag ich jetzt, jetzt, ja, 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 jetzt shopp mal so deine besten Waffen und so. Für diese 130er Totengräber. Ja, äh, hier, äh, bäm, 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 bäm. Warte, ich will mal gucken. Ja, und dann kick ich die Waffen, dann scammer, wo du gescamt. Oh, ich bin so eben täglich geworden. Komm mal hier hin. Geh du mal auf die andere Seite. Argon-Sturmgewehr. Ah, ja. Hallo. 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 Hallo, motherfucker. Job mal so deine besten Waffen, was du für eine 130er Totengräber geben würdest. Warte, ganz kurz. Warte, ganz kurz. Ähm, äh, ne Rasierklinge. Äh, kannst du die auch jobben, oder? Warte mal. Warte, 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 ich muss kurz was machen. Hier, guck. Aber, siehst du, hey, wo bist du? Hey, Lul, Lul, schnell Waffen ein, so rübrü, 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 rübrü. Warte, kurz, ich hab noch nicht alles. Job mal so deine besten Nahrkampfwaffen. Warte, kurz. Ein Job mal so deine besten Waffen, bitte. ja alle wenn es geht es ganz wichtig ist wirklich oder was nein das ist so ein spaß alter nahe kampfwaffen ich war es hier ob in der sache und hier ist ganz schön annamen man sieht immer hier sind ich gerade kurz ich kann ich glaube ich doch kurz meinen schlechten was mir dafür darf ich dir irgendwie hin droppen bitte mal am tor scheinen ach das kenne ich ja moin klar ja wird dann trotzdem kommen kommt oder kommt noch kein müde hier ist einfach meine ganz normale trading box für einfach ganz normale freunde wo bist du komm mal her ich weiß nicht mehr wo du bist hier oben hat er oben ich möchte mich hoch waren warte macht baum mal bitte so hoch so hier in drei jahren aber dann geht auch zweier ich baue hier halt gestoppt das also ich muss jetzt kurz hier irritieren er wollen wir jetzt mal wirklich schrägen also wirklich irgendeine wasser keine ahnung der typ der mir dieses eine so seltene erz mit diesen drei mit diesen sechs sterne gegeben hat der hat gesagt dass ich das niemals traden darf da soll weil er das selten wäre das ist das ist mit einem eventar behalten sollte so gebannt werden kann solche mal zeigen was selten ist komm mal her weil ich gehe hier rein ich gehe hier rein okay ja okay drop einfach da ich bleibe hinten in der ecke ich muss kurz ich muss kurz hier bearbeiten ich kann ach so da bist du hast wo bist du hier geh mal hier drüben rein hier geh du mal dahin jetzt drop mal das ist mal das ist meiner dings ja dann geht du halt da raus aus meinem haus spaß das ist das ist das seltenste also für mich so was ist das und schatten splitter was ist das dass das soll ja lassen wir jetzt wirklich was schrägen ja okay aber ohne scan und das ist das und mein waffen entgegen toten gräber sie tun kürbis werfen kürbis werfen kürbis werfen nur die hunde treffer noch zu noch gibst du nicht und die andere waffen sind ein bisschen los ich habe nur ich habe nur warte kurz ich habe noch nur ich habe noch eine 34er bolaga ja das ist nur noch 34er und den aber nicht in ihren die gibt mir kommenten hier kann ich jetzt immer noch kicken nein ja moin klar kannst du nein du kannst du nicht kicken ja okay ich vertraue aber du was willst du noch mal was sollst du noch mal würdest du vielleicht die 130 genutzt werden oder nicht das ist meine beste waffe du hast du hast du hast es durchschaut die ja tja bei der ich bin auf die Daniel jetzt lassen wir nochmal trainen und jetzt gehe ich warte mal kurz ich nehme dir mal kurz baurechte weg dass ich was mache ich hab was vergessen ich brauche halt unbedingt hast du stein ja würdest du stein scheinen oder eisen ich hab stein 250 und eisen fast 400 also ja würde ich aber gegen was denn weiß ich nicht was würdest du dagegen anbieten das Argon Sturmgewehr um das würde ich eigentlich gern wäre weil wir später hatten das eigentlich 7 ich würde aber noch eine Waffe drauflegen welche ich guck mal ja ich hab ja noch mein Lager Waffen oder weiß ich nicht mein Lager habe ich doch keine Waffen mehr okay mach am besten irgendwie die wollen wir machen die ähm Dingsbums die ähm wie heißt das den den du die Waffe die du eben gesagt hast die mit 27 oder 32 wird keine ahnung ja was damit ja wie heißt die nochmal Argon Sturmgewehr Argon Sturmgewehr genau wollen wir Argon Sturmgewehr und irgendeine 82er oder warte was ist äh vor 82er 62er oder sowas 58er ach das ist irgendwie eine 58er oder noch eine äh oder noch ähm oder eine 82er dazulegen gegen Stein oder gegen Metall kannst du dir dann aussuchen ja kommst du rein ja stopp mal kurz äh 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 stopp erst guck ich was Kuchen TV geschrieben hat abgeschraben scamming um alle Waffen prank absolut wir checken jetzt nur von Materialien und hier ja okay aber ohne äh scan ja komm ich soll ja okay geh ich mal in die kannst du unten nicht bearbeiten damn dann hast du das fein gemacht ich würde dir für 100 Steine ne für zwei wie hast du 200 Steine ja ich würde dir für 200 Steine das 27 27er Argon Sturmgewehr droppen äh droppen und und was noch das war's für 200 Stein oder dann noch und dann noch vielleicht nur vielleicht vor 100 Eisen ne äh 34er Springflut drop mal Springflut warte das ist direkt in die Aaron Dings muss ich will mal sehen warte ach das ach so kenne ich ähm ja können wir Tio jetzt machen ok ich hab die Waffen schon gehabt ihr bitte ich hab die Waffen schon gehabt du hast ja Bauchrichter und Kruppenatmen naja warte kurz kann sein dass seine Scambox ist nein warum weil das hier verdächtig aussieht warum sollte es warum ist hier unten was äh offen weil du es oft gemacht hast du kleiner Bauer mal sehen ja ok aber nicht verarschen ne nein nein ich verarsche nicht ich schwör warte willst du dir davor angucken ob es wirklich 200 sind warte 200 Steine ne soll ich droppen und äh 1000 äh 1000 und wie heißt äh 200 200 stein warte 200 stein ok ok mach ich Kekskuchen ok mach ich Kekskuchen was ich soll TH unterstrich Q U B I X eine FA schicken du musst mir das gleich mal buchstabieren vielleicht soll ich den Scam oder so ja dürfte jetzt ok warte hier und ja siehst du hey Leute ich hab's auch so gesehen wieder aufgehoben mal kurz ich schaff kurz äh 100 Eisen warum dauert das so lange ich glaub so 1 nein aber ich muss genau auf 100 irgendwie kommen ich komm ja jetzt auf 100 jetzt hier so endlich ey ach man und stein und stein und stein ach Junge oh nein ja endlich so gedroppt Daniel ja es gibt auch die beiden Waffen hey wo ist hier wo ist die andere hey du hast doch gesagt die äh dings rum ist durch den beladen möchtest du das einfach schon gewährt ja dann doch genau ja hier da danke danke du bist so ein Arsch ne ich hab gesehen wie du von unten die Materialien weg geholt hast mein ney he 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 ja ich wusste auch wenn das deine Scammer Dings benutzen ist ne wusste ich doch ich hab mich schlau gemacht du kleiner wer hat gesagt dass du Scammer sollst ich nicht wer dann Yousmenü 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 äh ich habe immer noch irgendwie sind von der ich habe immer noch 500 stein zwei Prozent seiner Metals und 29 tolls kann das sein verarscht hast wen nur ich habe jetzt 200 und 100 gedroppt ich weiß hat dann fragen also ich muss jetzt hier wieder Holze machen und stein können wir mal bei mir schrägen oder bei mir Mission machen oder so kannst du mir ein bisschen Mund für den Aron Schrotzer oder wie er heißt droppen weiß warum ich dir gegeben habe weil ich dafür keine Muni habe Bruder achso ja egal ich fässer mich fässer in der Muni jetzt muss ich wieder und ich frage auch nach ich job hier einfach alles ich job auch nicht Hals brauche ich im Moment nicht von daher willst du fortnights 1 gegen 1 oder äh bist du bescheuert Alter da krieg ich so von dir aufs Maul das tut mich sehen ich halte Daniel da lass ich mich lieber von dir scam ey wenn das so ist ey Daniel Daniel jetzt sind wir nur zu zweit lecker schmecker weißt du weißt du das soll ich dir sagen wer gestorben ist an einer Krankheit wer noch die beste obama künstlich kannst du von fast und fair ist der Mann da äh welcher keine Ahnung dieser muskulöse da ja ja was mit dem der weißt du weißt du an was der gestorben ist an an dumm heißt an leg mal an zählte was an leg mal leg mal ein bisschen das was ist das auf Prozent weißt du was leg mal was bedeutet lutsch meine Eier nach meine Fresse an die lutsch meine Eier ist er gestorben ja moin lutsch lutsch äh so ähm warte kurz kommst du jetzt nein warum hast du eine Treppe gebaut oder das war ich sorry äh hello mein Name ist Franz Jerome Boateng und I am zwei Jahre alt komm mal her komm mal her äh äh ich bin hier Jonas Kamera ist hier komm mal her ey warum hast du keinen Bock auf äh Fortnite weil ich eh gleich ausmachen muss ja ich hab schon davor gespielt hast du noch irgendwas andere äh hast du irgendeine schlechte Waffe die du nicht brauchst ich brauch alle meine Waffen ich brauch alle meine Waffen zum Scannen zum Scannen unter anderem ne fölf mir ja du wässt Wie dumm bin ich, warum bearbeite ich das? Ey! Ja. Ja, was ist? Mika or me? Was denn? Aber was? Hast du heute die Welt? Okay. Und du willst nur Rezidivit traden? Kennst du den? Ja, ne. Hä, was willst du dann machen? Kann ich nicht machen. Hä, was hat er für Probleme, Alter? Ja. Hier ist halt wirklich so. Hat der ADHS oder was? Ich glaub schon. Ich wünsch dir, ich könnte. Und der Base sieht schon geil aus. Ja, okay. Ich muss auf, ja. Sonst darf ich morgen nicht zocken. Wann zockst du morgen ungefähr? Keine Ahnung. Danke fürs Schwert und für die Waffen. Kein Problem. Okay, tschau. Tschüss. Schick mal F.A. Will traden. Schick mal F.A. T-Ubix. Schick mal F.A. Ok, 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 ok. ok, 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 ok. Kubix! Bitte Chill, Bruder Chill! Ach, ich hab meine... ich hab alles gar nicht mitgelesen. Sorry, dass ich erst jetzt gemerkt hab, du musst FA schicken! Ähm... Und ihr könnt mich auch gerne bei euren Freunden verlinken. Wäre auch echt nett von euch. Okay, ich verlasse. Ähm, Kekskuchen, ist es ein Freund von dir, dieser Cubix? Oh. Cubix, wenn du willst, kann ich dir Waffen dopplizieren. Aber nur ein paar. Eine oder zwei. Okay, ich mach drei. Ein auf Ehrenmann. Belagerungsbrecher. Ich kann dir Belagerungsbrecher, Totengräber, Kürbiswerfer, Elektronenrohnenwerfer. Ähm, ja. Kekskuchen ist dieser TH-Cubix von dir und Freund? Q... Ne, Q-I-Bix. Q-I... So, Q-Bix. TH-Cubix. Q-Bix. Ich muss mir den nochmal erstmal melken. TH-Cubix. Scheiße. TH-Cubix. TH-Cubix. Q-Bix. Hä, da ist gar nichts rausgekommen. Hab ich falsch geschrieben? TH-Cubix. 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 Ach, bei PC! Ich bin trotzdem da, auch wenn ich bei PS4 off muss. Wer ist YoGamer? Hä? Schreib mal wer du bist YoGamer! Äh... Q... Big... X... Jonas! Achso, danke! Freundschaftsanfrage abgeschickt! Neuer Freund hinzugefügt! Ok... So... Moment... Hallo? Bäh, bäh, bäh! Hallo? 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 Jungs... Es wäre auch nice, wenn ihr... ...mich weiterleiten könntet oder so, dass ich ein bisschen Abos kriege. Nicht denken, dass ich abogeirig bin. Also nur auf Abos stehe. Boah... Bist du ein Party... Bist du in einer Party? Kekskuchen? Nein, ich bin in keiner Party. Ich bin jetzt in den Spielchat gegangen. Ich höre Cubics nicht. Mama, ich dusche mich gleich. Nur noch ganz kurz. Was denn, Tiffy? Wir sind noch nicht zur Expansion bereit, aber es schadet nie sich vorzubereiten. Geh in das Konsolenmenü des Sturmschilds, um Ressourcen zu deponieren oder zur Karte zurückzukehren. Du kannst den Ort jederzeit verlassen, indem du mit Gruppe verlassen im Sturmschildkonsolenmenü auswählst. Hörst du mich Cubics? Wenn ja, dann schieß mal. Hörst du mich, wenn ja, dann mach so. Hörst du mich, wenn ja, dann mach so. Hörst du mich, wenn ja, dann mach... Oh. Hörst du mich. Wir sind hier. Ich habe ja, dann mach so. Hörst du mich, wenn ja. Und der Fall ist der Fall. Aber jetzt. Warst du mich. Wof! Hörst du mich. Hörst du mich. Er hört dich nicht. Hä, warum denn? Kann er reden, Kekskuchen? Hä, wie, was ist los? Warum bist du so froh? Hallo. Ja. Ah, was ist dran hier? Wir sagen grad nach jedem Wort. Das hab ich, das hab ich die ganze Zeit gesagt. Auf Rattan, ich muss kurz ecken. Okay. Daniel. Daniel. Ja. Daniel. Ja. Ähm. Ähm. Ich kann nicht. Hä, was ist denn? Trolli, was ist denn? Oh mein Gott! Wuh! 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 Paradis! Wuh! 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 Ne-Ein-Kabel! Ähm, Cubix, hörst du mich? Mala? Was würdest du für 15 Mala geben? Hörst du mich? Ah, nice. Was würdest du für 15 Mala geben? Hallo? Was würdest du für 15 Mala geben? Warte ich. Mala? Keine 20. 15. Das würdest du dafür geben. Cubix? Könntest du was anderes außer ne Dampfsprenger? Wenn ich ne... Wie heißt das? 82 Belagerungsbrecher noch draufmache. Was würdest du dafür geben? Ja, die hab ich auch. Also einen davon. Warte mal kurz. Warte mal kurz, Cubix. Komm mal gleich. Komm zu Papa. Also heb mal kurz deine Waffen auf. Heb mal kurz deine Waffen auf, bitte. Kannst du kurz deine Waffen aufheben? Hallo? Heb mal deine Waffen auf, kurz. Hallo. Kannst du deine Waffen aufheben? Ich komme gleich. Ich muss einen anderen Stream machen. Also nächsten Stream. Weil ich mach die ganze Zeit Stream von Streamen. Den anderen ausleidern wieder ein. Kommen wir gleich wieder, Leute. Bis gleich. Tschüss. Muss mich noch duschen. Ich trade jetzt noch kurz mit denen und dann komme ich.